So, hey Leute und damit auch willkommen zu einer neuen Folge ARK. Und ihr seht auch schon hier unseren lieben Mau Mau Spieler, den wir jetzt auch freilassen, denn er hat seine Strafe bereits abgesessen. Das heißt, Mau Mau mein Freund, du darfst nun wieder nach Hause gehen. So, also mein lieber Freund, du kannst auch gerne alles aus dem Inventar werfen, was du so im Inventar drin hast. Du bist ja jetzt schon wahrscheinlich schwer, du kannst gerne alles rauswerfen. Ähm, genau, werfen wir die ganzen Steine am besten weg. Müssen wir nur aufpassen, dass er sich jetzt nicht an den Kisten bedient, während er rausgeht. Nee, wir hoffen, dass er auf direkten Wege nach draußen geht und das wird er, glaube ich, auch tun. Okay, goodbye Mau Mau. Ähm, ja. Und hoffentlich wird sowas nicht nochmal passieren. Ja, er hat nämlich vorhin nochmal mit Mau Mau gesprochen und er meinte, ja Skal, es tut mir wirklich leid. Ähm, sowas wird nicht mehr vorkommen und ich denke, dass wir Mau Mau eine zweite Chance geben sollten. Ja, und Fembo und ich haben uns heute etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar dachten wir uns, wir werden heute eine Expedition gestalten. Und zwar zu einem ganz, ganz besonderen Ort. Wir werden uns schon mal hinfliegen und ihr könnt ja schon mal raten, ob ihr wisst, wo es sein wird. Zum Beispiel bei der fliegenden Insel war ich ja schon. Es gibt aber noch vielerlei andere Orte. So, und da seht ihr auch schon, den Mau Mau wurde sofort von einem richtig schnellen Petri abgeholt. So, sein Tripmate hat sogar angeblich noch ein Geschenk für uns. Aber ob das jetzt ein Trick ist oder ob das der Wahrheit entspricht, ist so die andere Frage. Gut, dann werde ich mal die Königin der Lüfte nehmen. Und dann würde ich sagen, wir folgen Fembo zum magischen Ort. So, das ist nämlich, wir haben nämlich einen ganz, ganz besonderen Ort gefunden, der richtig episch aussieht. Und ich dachte, den müssen wir auf jeden Fall erkunden gehen. Ja, und diesen Ort, genau, da werden wir jetzt erstmal hinfliegen. Wir sind ausgerüstet. Ich weiß nicht, was Fembo für Waffen mit hat. Ich glaube, der hat auch sehr gute Waffen mit. Und ich habe auf jeden Fall eine ganz normale, einfache Pistole mit, eine Longneck Rifle und einen Crossbow. Ich denke, das sollte reichen. Ihr wisst ja, dass ich doch öfters mal früher gestorben bin, Emma. Das war am Anfang mal sehr witzig, als ich mich noch nicht so gut in ARC auskannte. Mittlerweile geht das ja eigentlich. Und hier ist das auch schon, Leute. Ihr seht, das ist sehr relativ zentral. Ich hoffe, dass jetzt Mau Mau und seine Crew uns nicht gefolgt sind. Kann ja sein, dass das Ganze nur ein Hinterhalt war. Dass sie nur einen aufs Net gemacht haben. Aber nee, doch, da sind sie, oder? Nee, das sind einfach nur wilde Petris. Wir haben sie, glaube ich, abgehängt. Ja, Leute, man sollte immer auf der Hut sein. Man weiß ja nie. Gut, dann würde ich auch sagen, wir können hier jetzt einen Sprung ins kalte Wasser wagen. Leute, Femba ist bereits vorgedrungen. Ich bin noch immer am überlegen, kann ich da reinspringen oder nicht. Aber ja, Leute, auch ich werde jetzt mit einem Sprung ins kalte Wasser springen. Und, wow, Leute. Da bin ich. Und der Femba ist schon voraus. Ich habe jetzt meinen Sauerstoff zwar nicht geskillt, aber ich hoffe, es wird ausreichen. Wir werden es ja sehen, wie tief das Ganze ist. Ich war noch nicht drin. Femba war hier bereits. Also er kennt sich jedenfalls ein bisschen aus. Er ist nur die ersten Etappen, hat er gesehen und ist dann nach Hause gekommen und meint, da ist kalt. Das müssen wir unbedingt mal erkunden. Und ich kann momentan nichts sehen. Ihr seht, das hat ganz knapp hier gereicht mit unserem normalen Sauerstoff. Ich bin nicht ertrunken. So, mir fällt gerade auf, wir hätten eine Fackel mitnehmen sollen. Weil es ist hier wirklich stockduster. Ich weiß nicht, ob Femba eine Fackel mit hat. So, Leute. Ich habe jetzt einfach mal die Gamma etwas höher gestellt. Und Femba hat mir gerade einen Fallschirm gegeben. Denn nun kommt die nächste Disziplin. Wir müssen hier runter sprengen. Und ich glaube, es müsste ja auch ohne Fallschirm gehen. Denn es ist ja ein Wasserfall. Aber ich verstehe nicht, warum man hier einen braucht. Aber doch, Leute. Ich denke, es ist epischer, wenn man hier mit einem Fallschirm durch die Gegend fliegt. Wobei, der war jetzt echt unnötig. Ich bin einfach gefallen. Also, ihr seht schon, Leute. Das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Femba hingegen, der fliegt, glaube ich, gerade durch die Höhle. Der hat das schon richtig gemacht. Wo er gerade ist, ich weiß nicht. Der ist wahrscheinlich noch irgendwo in der Luft. Oder ist er vielleicht auch schon abgesprungen. Schwer zu sagen, Leute. Aber ihr seht schon hier, Leute. Ist das epischste, was ich je aufs Center gesehen habe. Eine riesige Welt unter der Erde. Mit Dung Beetle. Ne, das war ein Dodo. Mit Monstern. Sogar Brachios. Beziehungsweise Brontus hier. Und dem Erdkern. Ne, ich finde diesen Spot einfach wirklich hammer episch, Leute. Einen epischen Spot habe ich noch nicht gesehen. Deswegen wollen wir auch mal jetzt hier ein schönes Foto machen, Leute. Guckt euch das einfach an. Ne, es sieht richtig geil aus. Also, ich finde persönlich diesen Spot verdammt cool. Und einige haben mir auch schon geraten, aus kalter Bau doch mal hier eine Base. Wo ich mir dann so dachte, okay. Das ist generell eine gute Idee. Aber hier hinzukommen ist nicht ganz so einfach. Und wir kriegen hier auch keine Dinosaurier rein, noch raus. Also das ist so dann der, ja, schwierige Teil an dieser, an diesem Spot. Aber theoretisch wäre es wirklich geil, wenn man hier eine Base hätte. So, leider kann man hier nämlich auch keine Flugsaurier zählen. Beziehungsweise auch keine mitnehmen. Sonst könnten wir nämlich jetzt auch einfach mal zum Erdkern fliegen. Weil mich würde mal interessieren, vielleicht kennt ihr ja den Film, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Oder auch das Buch. Da geht es ja auch darum, den Erdkern quasi zu erkunden. Und ja, Leute, da ist er. Okay, und irgendein Wilder Dino hat mich angegriffen. Ich habe Femba mittlerweile aus den Augen verloren. Ne, ihr seht schon ein Starker Dino. Sogar Level 112. Ja, 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 komm, jetzt sterb doch mal. So. Okay, wo? Oh. Femba wurde anscheinend gerade getötet. Ich weiß nicht, von was, Femba. Ähm. Von was wurdest du gerade getötet? Ähm. Weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ich bin plötzlich gestorben. Oh, ich sehe aber hier sind Petris drin, ne? Ich bin auf dem Boden angekommen. Die könnte man theoretisch, ja. Und gestorben. Meinst du, es würde sich lohnen, hier einen Petri zu zähmen in der Höhle? Wir könnten es machen, ja. Ja, aber wir könnten ja theoretisch mit dem Petri weiterfliegen, ne? Oder was meinst du? Das wäre auf jeden Fall praktisch. Dann gehe ich zur Base, hole den Kibbel. Das wäre super, weil ich habe jetzt noch elf Schuss. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hoffe, ja. Auf jeden Fall. Dann versuche ich mal, den zu zähmen, weil dann könnten wir mit dem auch weiterfliegen. Ich meine, den können wir dann nur hier drin benutzen, aber immerhin. So, mal schauen, wo der jetzt ist, der Petri. Dann warte ich mal auf dich, bis du wieder da bist, ne? Ich bin am besten Bolas. Ja, Bolas habe ich leider nicht mit. Aber bring den mal mit. Das wäre super. Okay. Okay, Leute. Wir warten einfach mal auf Femme, dass er wiederkommt. Er ist jetzt schon, der ist durch irgendetwas gestorben. Wahrscheinlich ist er auch einfach aufgeditscht, nur im Gegensatz zu mir halt dann einfach. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Arc backt halt wirklich sehr oft. Deswegen muss ich auch immer öfter ein paar Cuts machen. Ihr wisst ja, manchmal ist es, wenn ich langweiliges Zehen überspringe. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Bronto sitze, den Zehen möchte, und das einfach vier Stunden dauert, dann karte ich das zusammen. Weil ich, ihr wisst ja, ich kann meine YouTube-Videos nicht länger als 30, 40 Minuten machen, weil danach, ich meine, ihr habt ja auch nicht zehn Stunden Zeit, um ein Video zu gucken. Naja, aber andererseits karte ich auch öfters. Entweder, wenn ich mich sehr viel verhaspel, wenn ich dann sage, Oh, hier ist ein, Oh, hier ist, Oh, hier ist ein, Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Oder halt, wenn es sehr doll leckt. Ja, das kann öfters mal passieren bei Arc. Okay. So, wo ist denn jetzt dieser Petri? Wir haben jetzt gerade Dino-Dünger gesammelt. Naturdünger. Wollen wir mal weiter schauen. Ich meine, das ist nicht ganz so ungefährlich, wenn man hier durchschwimmt. Hier könnten theoretisch Manta sein, oder da ist auch sogar schon ein Manta. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Da ist ein wilder Manta, und der ist auf mich aggressiv. Leute, ich glaube, das war gerade selbst immer, was ich mache. Ich möchte nur ans andere. Uff, weil der umkreist mich schon. Und nein, das ist noch ein Manta. Leute, ich bin auch gleich tot. Das sind drei Mantas. Vier, fünf, Leute. Ich bin so ein Idiot, ne? Ich gehe einfach ins Wasser, und das sind 20 Mantas. Und meine ganzen Sachen sind kaputt. Und ich werde... Ja. Alles klar, Leute. Ne, da sind wir jetzt schon wieder bei den Anfängen. Ähm, ich bin erneut gestorben, weil ich von einem Manta getötet worden bin. Also, ich kann mich fernbar anschließen. Wir werden gemeinsam nochmal dahin laufen und hoffen, dass wir diesmal überleben. Was klappt oder nicht, ist so die andere Frage. Also, Leute, bis gleich. So, Leute. Und da bin ich auch wieder nach sehr, sehr langer Zeit. Ich muss mir jetzt auch übrigens eine neue Rüstung craften, weil die alte völlig kaputt ist. Es ist ja auch klar, ich bin einfach fahrlässig in so ein Manta-Becken gesprungen. Was ich wirklich niemandem empfehlen würde. So, diesmal nämlich Femma jetzt auch ein bisschen was mitgenommen. So, dass wir einen Petri zählen können. Also, Femma, was hast du dabei? So, hier einmal die Kibbel. Die in Aquatics. Ähm. Oh, perfekt. Und. Hast du noch mehr Betäubungspfeile? Weil ich hab gerade mal elf. Moment. Äh, das müsste sogar reichen. Zwei Stück reichen. Okay, perfekt. So, dann wollen wir mal suchen. Ich weiß noch nicht, welches Level der jetzt war, ne? Ich hoffe mal, dass er hier in der Nähe ist. Zur Not müssen wir uns ein Boot craften. Aber ich meine, das geht ja auch schnell. Braucht gar nicht so viele Ressourcen. So. Hier, Bowler, willst du auch noch? Äh, wie bitte? Bowler? Ja, der Bowler wäre auch super. Okay, hier, bitteschön. Okay, dankeschön. So, müssen wir nur noch jetzt warten, dass der Petri hier auf der Base, äh, auf der Insel landet. Oder aber, wir sind aktiver und werden da hängen. Siehst du ihn? Da ist er auf, genau, da in der Luft. Wir müssen ihn hier irgendwie hinlocken. Hast du eine Idee, wie wir das machen können? Wie kriegen wir diesen Petri auf unsere Base? Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nämlich, dass er die ganze Zeit auf dieser Insel bleibt. Wenn ich aber jetzt hier ins Wasser gehen würde, wieder, kommen die ganzen Mantas an. Ja, die können nämlich mein Blut riechen. So, müssen wir mal schauen. Ne, dort ist er. Er, der kommt langsam so. Ja, der kommt langsam, perfekt. Wobei, ich bin mir auch da wieder nicht sicher. Mist. Femba, hast du eine Idee, wie man den jetzt hier hinlocken könnte? Ähm, leider nicht, nein. Ich glaube, wir müssen wirklich an die andere Seite des Ufers, glaube ich. Genau. Ne, wobei, ich weiß immer nicht, kommt er jetzt hierher oder nicht? Das ist so die Frage. Aber ich denke, am sichersten würde wir fahren, wenn wir da rüberschwimmen würden. Ja, oder wir bauen uns einfach mal eine Schmiede und ein Boot. Aber ich denke mal, das dauert so lange. So, wir gehen jetzt einfach da hin und zähmen uns diesen Petri. So, auf ihn mit Gebrüll, sage ich ja immer. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde jetzt wieder von Mantas zerfleischt werden. Ich hoffe mal, dieses Mal wird es besser enden. Okay, Femba, sind hier Mantas drin? Ja, ne? Ähm, ja, aber im Moment nicht. Im Moment nicht, das ist schon mal ein gutes Zeichen, Leute. Dann haben wir eine Chance zu überleben. Und in diesem Moment, nein, in diesem Moment kommt jetzt der Petri zu uns, ne? Alles klar. Der kann sich, glaube ich, auch nicht entscheiden. So müssen wir nur nachher aufpassen mit der Bowler, wo wir diese hinwerfen, ne? Nicht, dass wir diese jetzt auf ihn werfen, während er über dem Wasser ist. Dann haben wir ein Problem. Petri, jetzt entscheide dich doch mal vor eine Richtung. Wo willst du landen? Mal gucken, achst du mal, welches Level der ist, ne? Wir brauchen ja so ein Low-Level eigentlich nur. Level 85 ist der. Ja, geht eigentlich. Geht, ja? Okay, dann wollen wir es mal ausprobieren. Ja, weil hier. Das war daneben. Das war leider daneben. Femba, versuch du das mal. Warte, ich muss warten. Der ist gerade über der Insel. Er ist zu weit oben. Ja, das hat leider bei mir nicht geklappt. Ich habe versucht, diese einmalige Chance zu nutzen. Hat aber nicht geklappt. Ich könnte natürlich auch versuchen, jetzt runterzuschießen. Aber ich glaube, dann fliehte einfach, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, von daher. Ich weiß, kommt der nochmal runter oder nicht? Das ist so die Frage. Das ist einfach schwierig, Petri im Paradies zu zähmen. Aber den brauchen wir, denn sonst kommen wir nicht voran. Ihr seht auch, das sieht so episch aus wie mit dem Feuer. Da würde ich auch gerne mal reinfliegen. Also, Petri, lass dich nochmal zähmen. Guck mal jetzt... Ne, der landet nicht, ne? Aber irgendwann muss er landen. Der muss den Mast-Dumina aufladen. Spätestens dann... Oh, jetzt habe ich gerade aus Versehen geschossen. Aber zum Glück daneben. Spätestens dann bist du mein. So, da ist er. Er kommt auf uns zu, wird er landen. Ne, dreht wieder um. Oh, Petri. Ich glaube, der will uns wirklich auf den Arm nehmen. Okay, Dodo, was sagst du dazu? Du möchtest wahrscheinlich, dass wir ihn zähmen, aber ne. Ja, wo geht er jetzt hin? Sonst werde ich mal sicherheitshalber. Du hast wahrscheinlich auch Betäubungsfalle dabei, ne? Ja, ich habe auch dabei. Sonst werde ich zur Not auf die andere Insel gehen. Und du bleibst hier, dass wir beide quasi bereit sind, falls er landen sollte. Wobei, wir können natürlich auch auf Glück hoffen, dass er hier landet. Wir warten einfach ab, Leute. Okay, okay, er fliegt gerade runter. Ey, das ist die Chance. Du musst ihn mit einer Bohle abwerfen. Oh. Nein. Mist, du hast einfach die einzige Chance nicht genutzt. Er fliegt wieder weg. Femba. Mann. Das war die Chance seit 10 Minuten. Und du lässt sie einfach gehen. Egal, Leute. Das wird ja nicht die letzte Chance gewesen sein, hoffe ich. Vielleicht haben wir in einer Stunde noch eine Chance. Ja. Okay, Leute. Es sieht so aus, als wenn er landen würde. Das könnte... Ne. Er wird nicht landen. Oh Mann, ihr wisst gar nicht. Wir sitzen hier die ganze Zeit. So, jetzt landet auch mal. Das ist so ähnlich wie beim Angeln. Beißt er jetzt an oder nicht? Man sitzt da Stunden. Es geht eigentlich nur ums Angeln. Nicht, wie viele Fische man am Ende hat, sondern nur, dass man halt angelt. Dass man beschäftigt ist. Und ja, auch hier, wir denken nur die ganze Zeit, lande. 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 Aber tut es nicht. Okay, dann eben nicht. Dann sollten wir uns vielleicht doch eher, ja, ohne Petri aufmachen. Oder aber wir warten. Ja, was könnten wir noch machen? Wir könnten auch auf eine andere Insel gehen. Wobei, ich habe hier bisher nur diesen einen Petri gesehen. Ich weiß nicht, ob da noch andere sind. Oder hast du hier öfters mal Petris gesehen? Ähm, ja, es gibt noch andere. Aber ich weiß nicht genau, wo. Komm, jetzt kommt er runter. Jetzt kommt er... Ne, doch. Ach ne, man denkt immer so, jetzt ist die Chance. Und dann, nein. Chance vertan. Oh, Mann. Okay. Nützt leider alles nichts. Zur Not müssen wir nochmal auf einer anderen Insel gucken. Ich werde nochmal derweil mit dem Fernglas gucken. Vielleicht kommt er in der Zeit nochmal runter von seinem hohen Ross hier. Ja, total abgehoben hier, diese Petri. Gut, ich gucke mal, ob da nochmal irgendwo sich was anderes blicken lässt. Könnte ja sein. Ja, sieht aber bisher sehr schlecht aus. Auf den anderen Inseln weit und breit nichts zu sehen, außer Palmen und ein paar Parasau. Oh, Level 135. Wäre natürlich optimal, wenn der oben wäre. Ne, sieht schlecht aus. Also mit anderen Petris, ne. Aber er ist jetzt mitten in der Insel, ne? Oh, das ist super. Dann könnten wir dann ja... Ja, wenn er runterfliegen würde, noch einen Ticken. Könnten wir den tatsächlich zähmen? Okay, Leute. Hier so ein Bronto brauchen wir nicht. Ne, ein Manta wäre natürlich auch geil. Ja, aber ich meine, jetzt haben wir leider kein Anglergel dabei. So. Oder ein Itchi könnten wir vielleicht auch zähmen. Was haben wir dort? Keinerlei Petris. Das ist wirklich, glaube ich, momentan der Einzige. Da sollten wir schlau sein und die sind zähmen. Weil ich denke, mit dem können wir so einiges erreichen. Schade, dass wir unsere Petris nicht mitnehmen können. Und schade, dass Dodos nicht fliegen können. Dann hätten wir natürlich auch viel weniger Probleme. Viel weniger Probleme. Gut. Okay, Femba. Ist er unten? Immer noch nicht. Wo ist er gerade? Bei mir. Da oben. Ja, meinst du, der kommt nochmal runter? Ah, ich weiß es nicht. Doch, der muss einfach runterkommen. Wenn er nicht runterkommt, dann schießen wir ihn einfach runter. Okay, Leute. Uns reicht es jetzt. Wir schießen ihn einfach runter. Wir warten, dass er auf der Insel runterfliegt. Also, wo ist er? Ah, hier bei mir. Zwischen den Bäumen. Wir sollten mal die ganzen Bäume fällen, glaube ich. Das werde ich als nächstes tun. Erstmal diesen Petri jetzt hier erwischen. Falls er gerade auf der Insel sein sollte. Nein, er fliegt gerade wieder raus. Ach nee, oder? Wo genau fliegt er diesmal hin? Ähm, da rüber, auf die andere Seite. Ach so. Na super. Oh mein Gott. Na? Er wäre gelandet. Echt jetzt? Ja. Über dem Meer, oder was? Ja, über dem Meer. Aber er wäre. Ach nee. Das wird sich jetzt verdammt ärgerlich sowas. Oh nein, so ein Trike ist auf mich aggressiv. Das wird sich jetzt ganz schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet. Egal. Ähm, wir gehen weiter, Leute. Irgendwann wird er ja auch nachlassen. Wir hoffen nur auf diesen einen Petri. Da ist er ganz weit weg. Jetzt komm doch zurück. Wir brauchen dich. Petri. Ich habe eine schöne Longneck Rifle. Oh nee, jetzt kommen beide Trikes an. Okay, Plan B, wir fliehen. Wir fliehen einfach. Oder wir locken sie ins Wasser zu den Mantas und hauen dann ab. Mantas, ich habe Essen für euch. Die kommen doch bestimmt gleich alle an. Wobei, nee, die Trikes, die kehren um. Naja, die Trikes sind wieder lieb. Oh, das ist super. Außer der hier. Ah nee, der ist noch böse. Aber nicht aufschließen. Sieht ganz schlecht aus wie mit so einem Trike. Na gut. Mit dem Petri, Leute, müssen wir nochmal schauen. Irgendwie wird das heute alles nichts. Wir haben einen Pechtag. Das kann auch mal passieren, Leute. Ark läuft nicht immer perfekt. Wobei, jetzt kommt er runter. Femba, komm jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Komm her. Komm her. Nein. Femba, du musst ganz schnell. Komm, der landet, der landet. Nein. Guck mal, Femba, wie sagst du eigentlich die Bolas, ne? Das frage ich mich gerade. Immer wenn Femba die Bola hat, dann... Leute. Femba. Schon das zweite Mal, ne? So eine Chance hat man wirklich nur alle 20 Minuten ungefähr. Wenn ich mal jetzt überlege, wie lange wir hier schon sitzen. Also von daher, ähm... Dumm gelaufen, würde ich sagen. Wie bitte? Hast du Steine? Hm, ich muss mal gucken. Ich habe Holz, aber keine Steine. Wir brauchen Steine. Die gibt es hier wenig. Gar nicht. Ansonsten... Gehen wir auf die andere. Wir weiten gleichzeitig auf den Petri. Ja. Eine Kugel muss treffen und dann ist der Hund da unten. Aber nicht durch eine Kugel. Ja, ich habe hier diese Darts... Egal, wir fliegen nochmal rüber jetzt einfach. Ja. Äh, wir schwimmen rüber. Ich glaube, das ist eine Schnapsidee. Aber Leute, das könnte klappen, wenn hier keine Mantas sind. Sind es hier Mantas? Ähm... Ja. Ja, ich sehe einen. Nein! Echt jetzt? Aber hey, wir sind zu zweit. Okay, Leute, ich habe richtig Angst, es sind Mantas gerade. Aber egal. Es ist gar nicht so weit bis zum Ufer. Hoffe ich. Oh Mann, das erinnert mich gerade an das Baden im Meer. Wenn man irgendwie im Meer badet und man sieht einfach so wenig. Und da kommen da irgendwelche Viecher an, ne? Seien es Quallen, seien es irgendwelche Fische, seien es Haie. Also wer schon mal im Meer baden gewesen ist, der wird das wissen. Das ist wirklich teilweise gruselig. Ne? Andererseits auch, naja, völlig normal. Gut, ich hoffe... Ja, wir sind gleich da, ohne von einem Mantas gestürtet zu werden. Das ist super. Diesmal haben wir wirklich Glück. Ich glaube, wir sind gerade woanders. Wobei, kommt da gerade einer. Ich sehe hier nirgendwo einen. Perfekt. Ne, ne. Okay, diesmal haben wir wirklich Glück. Wobei, da kommt ein Ichi, ja. Wunderbar. Aber ich glaube, der Petri ist schon wieder auf der anderen. Ja. Ne, jetzt... Guck mal, jetzt fliegen wir... Jetzt seid schon fliegen, ne? Jetzt fahren wir echt... Na! Jetzt schwimmen wir echt hier rüber und der Petri geht auf die andere Seite. Ich glaube, der hat keine Lust auf uns. Und jetzt landet er da. Nein! Nein. Nein, doch nicht. Ich dachte schon, das wäre jetzt, Leute, dann wäre ich jetzt richtig... Ich wäre einfach aufgegangen. So. Der kommt wohl nicht mehr so schnell zurück. Egal. Wollen wir nochmal weiterschauen. Auf jeden Fall, wir werden diese Hürde hier... Ähm... Ja, wir werden hier eine schöne Expedition starten. Ob mit Petri oder nicht. Das wird sich mal so... Ja. Das werden wir uns mal jetzt so fragen. Na ja, am liebsten würden wir den ja erzählen. Aber ich denke mal, da müssen wir noch ein paar Stunden warten. Auf jeden Fall werden wir dann die Expedition fortführen. Entweder werden wir uns jetzt ein Boot craften. Oder wir warten auf den Petri. Ein zu diesen beiden Sachen werden wir tun. Und in der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wie es weitergeht. Wir sind da auf jeden Fall selber sehr gespannt, da wir jetzt noch nicht viel vorhersagen können. Ich würde aber sagen, dass wir nochmal jetzt so eine Stunde versuchen, den runterzukriegen. Wenn das nicht klappt, werden wir... Ja, was werden wir dann am besten machen? Dann werden wir uns einfach ein Boot bauen und mit dem dann weiterfahren. Naja, ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt es in den Kommentaren und gebt wie immer einen Daumen nach oben. Und hier, guck mal jetzt, hier hat jemand eine Base gebaut, ne? Lass mal schauen. Lass mal schauen. Das ist ja jetzt immer hochinteressant, Leute. Hier hat tatsächlich jemand eine Base gebaut. Die Weed Farmer. Alles klar. Interessant. Ja, okay. Sogar Parasauri, aber kein Petri. Mhm. Hier eine Base bauen, Leute. Das war ja auch so eins von meinen Vorschlägen. Müssen wir nochmal schauen, ne? Ob wir das machen oder nicht. Da bin ich sehr gespannt. Okay. Ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, wie gesagt, einen Daumen nach oben und schreibt nochmal eure Tipps in die Kommentare. Wenn ihr meint, Ascalte, du musst unbedingt ein Petri zähmen und mit dem weiterfliegen. Oder wenn ihr meint, nein, Ascalte, du musst unbedingt ein Boot dir craften. Da bin ich mal sehr gespannt, was ihr da so für Tipps habt. Ansonsten, ja, werde ich nochmal diese toten Itchis hier, ähm, ja, verarbeiten. Und genau, ansonsten wünsche ich euch nämlich weiter viel Spaß. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.